Hallo liebe Handballfreunde, mein Name ist Ronny Eckert, ich bin Kapitän der ersten Männermannschaft des LRV Heuerswerda. An diesem Samstag spielen wir gegen die HSG Neudorf-Döbeln. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns zahlreich unterstützen kommt. Der Lausitzer Handballverein Heuerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Heuerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Sie suchen Unterstützung bei der Pflege oder Betreuung Ihrer Angehörigen? Dann nutzen Sie die Angebote der AWO-Lausitz. Wir bieten alles aus einer Hand. Von der ambulanten, über Tages- und Kurzzeitpflege bis hin zur stationären Pflege in und um Heuerswerda. Lassen Sie sich von unserem Fachpersonal beraten. AWO-Lausitz, wir betreuen Generationen. Werder Heuerswerda Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle-Fernsehen, liebe Zuschauer. Der Hoyerswerda-Stadtrat ist am Donnerstagabend zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Im Mittelpunkt stand dabei die Zusammenarbeit mit den Kommunen im Umland. Die Fraktionen von CDU, Linke, Freie Wähler und SPD hatten die Beratung gefordert. Stannin Wendt fasst das Geschehen zusammen. In vier Themenkomplexe war der Vortrag von Oberbürgermeister Stefan Skora gegliedert. In allen Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Infrastruktur und Verkehr sowie am Scheibesee gäbe es auf allen Ebenen zwischen den Rathäusern Kontakte. Und auch Zusammenarbeit, sicherlich ausbaufähig, so die Quintessenz, die auch von den anwesenden Bürgermeistern aus Bernsdorf, der Elsterheide, Lauter, Spreetal und Wittichenau wohl so mitgetragen werden. Die einzelnen Fraktionen im Stadtrat stellten im Anschluss einzelne Projekte, die ihrer Meinung nach nicht optimal laufen, vor und forderten ein intensiveres Miteinander. Allerdings stand auch ziemlich unverhohlen im Raum, dass es wohl auch um das Abklopfen möglicher Zusammenschlüsse ging. Den Minen der anwesenden Rathauschefs war deutlich anzusehen, dass man darüber im Augenblick wohl eher nicht geneigt ist zu reden. Harry Habel lehnte eine solche Idee rundheraus ab, machte aber gleichzeitig deutlich, dass die Zusammenarbeit innerhalb des Lausitzer Seenlandes von immenser Bedeutung sei. Dabei gelte es, gemeinsam Klinken zu putzen und durchzuhalten, statt zu jammern. Ja, ich kämpfe darum, dass die S-Bahn von Dresden fährt nach Senftenberg und nach Hoyerswerda. Ja, ich weiß, dass kein Touristkind Dresden an Bernstorf aussteigt, weil Bernstorf so schön ist. Das macht niemand. Aber ich kämpfe trotzdem drum, weil A, Seenland ist der Motor. Und ich sage mal, wenn man sieht, was sich in 40 Jahren aus dem Senftenberger See, aus einem See entwickelt hat, da ist mir um die Zukunft der Region nicht bange. Das Problem ist nur, wir müssen ja die nächsten 20 Jahre auch überleben. Und das werden wir schaffen. Und da gehört auch das Scheibesee dazu. Wir haben kein Problem. Da müssen wir noch ganz schöne Bretter bohren, aber das ist ja alles schon gesagt worden. Vielleicht zur S-Bahn nochmal. Da fehlt mir so das klare Bekenntnis von Hoyerswerda. Frank-Kürcher hat mir einige Wege geebnet diesbezüglich. Ich bin im November mit dem Landrat Michael Harig beim Chef Staatskanzlei, wo es nochmal darum geht, weil ich nächstes Jahr will das wirklich nicht als Seenbahn, sondern wirklich als S-Bahn zumindest an den Ferienwochenenden wieder zum Normalpreis fahren lassen. Das ist nicht einfach, aber ich denke, wenn Hoyerswerda sich positioniert, mal vielleicht auch der Stadtrat, dann wäre das ganz wichtig. Hoyerswerda dürfte ca. 15 Minuten schneller in Dresden sein, wenn der Zug über Kamens fährt. Und ich glaube, dass es groß und heilig wehtut, wenn der Zug da oben halt nicht lang fährt, beziehungsweise wenn ich sehe, wie oft der ausgefallen ist in den letzten Jahren. Das ist Wahnsinn. Und so ein Schienenersatzverkehr kostet auch richtig Geld. Ich kann mir vorstellen, Radweg von Hoyerswerda nach Bernsdorf. Auch weiter, wir sind mit dem Kollegen Schwepplitz-Königsbrück im Gespräch, dass wir den wirklich weiterführen. Wir haben leider Gottes das Gleis verloren, die Zugstrecke verloren von Bernsdorf nach Königsbrück rüber. Vielleicht kann man das benutzen und hat dann eine Anbindung irgendwann mal, vielleicht bis Dresden. Wir müssen ja mal so 10 bis 20 Jahre vorausziehen. B97 ist genannt worden. Für mich, Bernsdorf ist kein Tourismusstädt. Hier ist es nicht. Wir leben von der Wirtschaft und versuchen, die Infrastruktur hinzubekommen. Das ist schwierig. Wir haben es ein bisschen B97 geschafft. Wir waren mit Stefan Skor und den Bürgermeistern gemeinsam im Wirtschaftsministerium vor Jahren. In den nächsten Jahren werden wir nicht erleben, einen grundhaften Ausbau. Es wird weitergehen. Groß Grabe beschweppnet es rüber in den nächsten fünf Jahren. Das ist wieder ein kleiner Meilenstein. Und dann muss es halt wieder gemeinsam weitergehen. Und wenn wir gemeinsam ins Wirtschaftsministerium fahren, gemeinsam unseren MP besuchen, ich denke schon, das macht schon Eindruck, wenn man sich zusammenschließt. Auch Sprethals Bürgermeister Manfred Heine zeigte sich erfreut, dass man in Hoyerswerda endlich aufgewacht sei und auf das Umland zugehe. Zwar sei für seine Gemeinde ein Zusammenschluss mit einer anderen Kommune durchaus eine Option. Allerdings sei der Gemeinderat davon nicht überzeugt. Gleichzeitig gab er der Verwaltung und dem Stadtrat gerade in Bezug auf den Scheibesee den Rat, sich doch einmal in Groß Reeschen umzuschauen. Mit Weitblick habe man dort vor 25 Jahren den See vor der Haustür angefangen zu entwickeln. Für Hoyerswerda wäre es nun auch Zeit. Wenn man dann sagt, man ist sehr weit weg, dann sage ich, hey, jetzt lasst uns doch mal überlegen. Ihr hattet, glaube ich, schon mal vor ein ganz paar Jahren Konzepte entwickeln, wie die Stadt mit den Seen zurechtkommt. Und ich habe dann immer den Begriff gesprägt, Herr Wolf, lasst uns doch mal überlegen, wie wir Korridore aus der Stadt, aus der Altstadt, über die Neustadt, über Kühlig zum See bekommen und die Stadt an den See ran wachsen lassen. Die Eigenheimsiedlungen, die wir momentan ausweisen, die könnten sich doch schon in Richtung See begeben. Also Visionen zu haben, das dauert bestimmt noch 20, 30 Jahre, bis ich doch in die Richtung tatsächlich das vollendet habe. Aber wenn ich nicht mal den Traum habe, denn wirklich schon Groß Reeschen hat angefangen mit der Wende. Es sind jetzt 25 Jahre vergangen. Jetzt guckt mal, wie weit Groß Reeschen ist. Bei der Entwicklung des Seenlandes sieht auch Elsterheide Bürgermeister Dietmar Kohack einen ganz wichtigen Punkt, der einer intensiveren Zusammenarbeit bedarf. Es ist mit einem großen Aufwand, mit einem großen Kraftaufwand an vielen Stellen verbunden. Und da, gerade in diesen Fragen, ist dieser Schulterschluss umso wichtiger, denn da können wir uns nur als Region letztendlich auch stark machen. Und wir werden sicherlich auch viel mehr als Region wahrgenommen, als das bisher der Fall war. Aber trotzdem glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Und auch das, was manchmal so eine Rolle spielt, dass wir vielleicht im Kreistag uns da nicht, dass wir da vielleicht nicht den Schulterschluss suchen, das sehe ich persönlich jetzt nicht ganz so. Ich glaube schon, dass wir gemeinsam auch für unsere Region und für unseren Standort, für die Region Meierswärter auch bemüht sind. Und das gemeinsam mit der Stadt Meierswärter, denn alles, was hier heute gesagt wurde, was den Standort ausmacht, als Bildungsstandort, als Kulturstandort, als Dienstleistungsstandort, Fähr- und Entzeugung, all das stimmt, genauso wie das ist. Und eine starke Stadt Meierswärter ist wichtig für die Region. Und nur gemeinsam mit einer starken Stadt Meierswärter werden wir auch gemeinsam stark sein. Und das sollte unser Ziel sein. Das will ich auch nochmal an der Stelle ganz klar bekräftigen. Zur Eingemeinung sage ich jetzt nichts. Lauters Bürgermeister Frank Lehmann setzte nach. Wir dürfen keinesfalls heute bei einer einmaligen Veranstaltung hier stehen bleiben, hier wo wir uns alle mal getroffen und nicht geplauscht haben, sondern es muss jetzt an die konkrete Arbeit gehen. Und da könnte vielleicht eine Idee sein, eine interkommunale Arbeitsgruppe zu bilden, die sich beispielsweise ein- oder zweimal im Jahr trifft. Es braucht eine konkrete Prioritätengesetzung. Da sollten wir uns verständigen, weil ich glaube, wir haben alle viel Arbeit auf dem Tisch. Man kann nicht alles gleichzeitig angehen. Jetzt muss man abstimmen, welche Themen zu welcher Zeit angegangen werden. Da sollte man real mechanistische Zeitschäden hinterlegen. Und ich bin auch beim Kollegen ein, der gesagt hat, also die Verwaltungen arbeiten dann die Dinge ab, die wir beauftragen. Und da gilt es immer eben eine enge Zusammenarbeit zu suchen und vor allen Dingen zu schauen, wie kriegen wir eine Lösung hin. Und auch nicht nur zu sagen, hier haben wir Probleme, da haben wir Probleme, sondern nach der Lösung suchen. Da braucht man manchmal einen Umweg. Das ist einfach so, Kreativität in der heutigen Zeit ist mehr denn je notwendig. Und ich denke, dafür wurden auch alle gewillt und dafür, oder ich denke, darauf vertrauen auch die Bürgerinnen und Bürger an der Stelle, dass wir uns hier Gedanken machen, denn um gerade diesen aktuellen Tendenzen wie der Verdrossenheit gegenüber der Politik entgegenzudeuten. Und dafür sind wir alle da. Und ich denke, das war heute ein Auftakt, aber es kann nur ein allererster Schritt von vielen gewesen sein. Und in diesem Sinne darf ich nochmal plädieren, wir machen uns gemeinsam auf den Weg und dann schauen wir mal, wie was gemeinsam gehen kann für die Region. Jetzt an meiner Seite Oberbürgermeister Stefan Skora. Meine erste Frage, wenn man die Auflistung am Anfang gehört hat, ergibt sich irgendwie der Eindruck, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, zumindest was die Zusammenarbeit wirklich mit den unmittelbaren Kommunen betrifft. Also ich glaube schon, dass es Entwicklungsmöglichkeiten noch gibt, weil das ist ein Prozess. Die Region verändert sich, die Kommunen verändern sich und da muss man auch anders zusammenarbeiten. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Und dass man vielleicht heute sagt, naja, es hätte in den letzten Jahren mehr passieren können, interkommunal, wo ich dann vielleicht auch wieder sage, wir haben ja in vielen Punkten, nicht nur in der Verwaltung, ich will es nicht reduzieren auf die Verwaltung, in vielen Gremien, wo wir auch Mitglieder sind, zusammengearbeitet und das abgestimmt. Da gibt es aber nicht die Runde, wo ich jetzt sage, da treffe ich mich ausschließlich mit Lauter oder mit Spreetal oder mit Bernsdorf, sondern das sind immer diese Runden in den Zweckverbänden, wo wir auch Mitglied sind in unserer Region, wo auch wirtschaftliche Fragen behandelt werden, nicht nur touristische Fragen, Tourismus ist auch Wirtschaft, wo man sich dann einfach abstimmt. Und da bin ich der Meinung, da haben wir schon viel erreicht. Aber wenn man das einfach auf dem Scheibesee fokussiert, was ja heute auch ein großes Thema war, dann verstehe ich auch, dass der Eindruck entstehen kann, da ist zu wenig passiert. Der Eindruck ist ja ganz offensichtlich entstanden, sonst hättest du die Runde heute nicht gebraucht. Wie wird man denn jetzt nachdenken? Eine Anregung war zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, wirklich mit den Kommunen zusammenzubilden und sich regelmäßig an einen Tisch auch außerhalb der anderen vorn zu setzen. Ja, das war ja ein Wunsch von den Stadträten, aber auch ein Vorschlag, der vom Kollegen aus Lauter auch vorgetragen wurde. Wir haben uns nach der Sitzung auch dazu nochmal abgestimmt, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt die ersten Schritte, überlegen uns, wie diese interkommunale Arbeitsgruppe zusammengesetzt werden kann, um einfach auch die Sitzung, die heute stattgefunden hat, so als Startsitzung zu nehmen, um das Thema weiter am Köcheln zu halten. Und was ich auch gemerkt habe, das will ich auch deutlich sagen, es haben auch viele Informationen gefehlt. Und das hat man an der regen Diskussion dann auch gesehen, die Bürgermeisterkollegen, die da waren, die auch heute im Stadtrat geredet haben, haben ja das ja auch rübergebracht. Also man muss einfach miteinander mehr reden, aber für manche Reden braucht man eigentlich auch Strukturen und die wollen wir mit dieser Arbeitsgruppe auch bilden. Ich danke. Bitteschön. Nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir wieder für Sie da, mit noch mehr aktuellen Themen. Also bleiben Sie dran. Schreiber, Spank, Rechtsanwälte, Hoyerswerda, Schulstraße 15 und Dresden, Archivstraße 21. Ihre Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht. Termine oder Infos, Telefon Hoyerswerda 60 88 777 oder Dresden 323 80 35 sowie im Netz unter schreiber-spank.de. Schreiber, Spank, Rechtsanwälte, Ihre Kanzlei für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht. Jetzt berufsbegleitend studieren an der Konrad-Suse-Akademie Hoyerswerda. Sozialpädagogik, Medienmanagement und Betriebswirtschaft. Attraktive Fernstudiengänge mit international anerkanntem Hochschulabschluss der renommierten Hochschule FHM Bielefeld. Und mit dem Vorteil aller Prüfungen und Lehrveranstaltungen vor Ort im FHM-Prüfungszentrum Konrad-Suse-Akademie Hoyerswerda. Jetzt informieren unter zusag.de oder einfach anrufen. Hoyerswerda 20 90 65 und beraten lassen. Neulich im Supermarkt. Ich hole mir noch was zum Mittag. Tschüss. 3,24 bitte. Oh, jetzt habe ich ja gar keine Piepen dabei. Na, dann nehmen Sie doch Ihr Smartphone. Stimmt, ja. Danke. Ab sofort Bargeld losbezahlen mit BlueCode. Erhältlich für iOS und Android. Berufsbegleiten, Sozialpädagogik, Medienmanagement oder Betriebswirtschaft studieren. An der Konrad-Suse-Akademie Hoyerswerda. Alle Infos dazu unter zusag.de oder telefonisch Hoyerswerda 20 90 65. In Hoyerswerda wird am Samstagvormittag die S108 zwischen dem Abzweig Künig der Straße und dem Abzweig Gewerbegebiet Künig zweimal kurzzeitig voll gesperrt. Es betrifft die Zeit zwischen 8.30 und 8.45 sowie zwischen 9.15 und 9.30. In diesem Bereich wird die Fernwärmebrücke abgerissen. Autofahrer sollten Zeit einplanen, denn es gibt keine Umleitung. Und mehr Meldungen gibt es jetzt kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Bei den Verbraucherschützern in Sachsen mehren sich Beschwerden über Telefonanrufe. Demnach ging es in jedem Fall um den Vertrieb von Beteiligungen an Wohnungsbaugenossenschaften, sprich Geldanlagen. Wer sich auf eine solche Unterhaltung einlässt, wird auf das 5. Vermögensbildungsgesetz aufmerksam gemacht und mit Aussagen zu staatlichen Förderungen umgarnt. Demnach gibt es die Möglichkeit auf eine finanzielle Unterstützung vom Staat, zusätzlich derer vom Arbeitgeber. Statt jedoch einen Sparvertrag abzuschließen, wird man dazu gedrängt, einen mit viel Risiko behafteten Vertrag bei einer Bau- oder Wohnungsgenossenschaft abzuschließen. Die Verbraucherschützer raten dazu, dem Gespräch am Telefonat zu entgehen und einfach aufzulegen, bevor man in die Kostenfalle tappt. Der hauseigene Garten sollte schön sein und noch dazu möglichst wenig Arbeit machen. Es ist mehr ein Ort der Erholung und lädt zum Genießen ein. Gerade wenn man älter wird oder ist, rückt der Garten immer mehr in den Vordergrund. Deswegen gibt es am 28. Oktober in der Volkshochschule Hoyerswerda eine Veranstaltung unter dem Titel ein Garten für die zweite Lebenshälfte. Beginn ist um 18 Uhr und um eine Anmeldung wird unter Telefon 600 800 oder www.vhs-heuerswerda.de gebeten. Sachsen-Staatskanzlei-Chef und Europaminister Fritz Jeckel betonte am Mittwochabend in Brüssel erneut die positiven Effekte der dualen Ausbildung in Deutschland. Demnach sei dieser Berufsweg Grund dafür, dass Sachsen europaweit die geringste Jugendarbeitslosigkeit aufweist. Ebenso leistet die Berufsausbildung wie der qualifikationsgebundene Berufszugang im Handwerk einen wichtigen Beitrag dazu, Fachkräfte für die Zukunft zu sichern. Bereits am 22. Juni 2015 wurde die duale Berufsausbildung von der Europäischen Kommission als innovativ gewürdigt. Angesichts einer hohen Jugendarbeitslosigkeit innerhalb der EU sind Strukturreformen im Bereich der Bildung essentiell. Sachsens Beispiel soll in weiteren Mitgliedstaaten als Vorreiter dienen. Und noch zum Handball. In der Handball-Sachsen-Liga empfängt der LRV Hoyerswerda am Samstag die Mannschaft der HSG Neudorf-Döbeln. Die hat mit vier nur einen Punkt mehr als die Hoyerswerda auf dem Konto. Die Schützlinge von Trainer Conny Böhme können also mit einem Sieg an den HSG-Handballern vorbeiziehen. Anwurf ist um 17 Uhr in der Halle des Berufsschulzentrums im WK10 in Hoyerswerda. Der HVH Kamenz ist am Samstag zu Gast beim HSG Risa Oschatz. Auch die Mädels vom SC Hoyerswerda sind wieder am Start. Am Sonntag geht es zu dem BSV Sachsen-Zwickau 2. Historisch wird es gleich in unserem Kalenderblatt für den 21. Oktober. In ihm geht es diesmal um die Gründung der neuen Bühne in Senftenberg. Nur 69 Euro für die Philipp Senseo Viva Café. Das ist unser Expertenangebot der Woche. Der Klassiker unter den Kaffeepad-Maschinen ist jetzt dank der Senseo Coffee Boost-Technologie noch besser. Und damit ihr direkt genießen könnt, sind bei diesem Angebot 200 Kaffeepads gratis dabei. Intensiver Geschmack und volles Aroma auf Knopfdruck. Die Philipp Senseo Viva Café ist mit der neuen Kaffee Boost-Technologie ausgestattet. Dabei wird beim Start des Brühvorgangs sofort eine kleine Menge Wasser auf das Pad verteilt, damit sich das Aroma optimal entfalten kann. Dann wird der Kaffee aufgebrüht. Und zwar so effektiv wie noch nie. Statt bisher nur 5 besitzt die Senseo Viva Café nämlich jetzt 45 Aromadüsen, sodass das Wasser ideal auf dem Kaffee im Pad verteilt wird. Das Senseo Pad-System bietet natürlich eine immense Auswahl an verschiedenen Kaffeesorten und Geschmacksrichtungen, sodass für wirklich jeden was dabei ist. Der abnehmbare Wassertank fasst 0,9 Liter. Das entspricht etwa 6 Tassen. Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf aus poliertem Edelstahl kann dabei auf alle Tassengrößen angepasst werden. Wer will, kann auch zwei Kaffees gleichzeitig zubereiten. Und zwar in weniger als in einer Minute. Wird die Senseo Viva Café länger als 30 Minuten nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch ab und spart somit Energie. Aber auch die Wartung und Pflege ist kein Problem. Eine Statusleuchte informiert euch rechtzeitig, wenn die Maschine entkalkt werden muss. Und die abnehmbaren Einzelteile sind alle spülmaschinenfest und können so ganz einfach gereinigt werden. Voller Genuss zum kleinen Preis. Die Senseo Viva Café im Klavierlack Schwarz kostet jetzt nur 69 Euro. Und 200 Kaffeepads sind gratis mit dabei. Erhältlich in allen Expert-Fachmärkten und online auf expert.de. Expert. Immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg. Oder unter esc-expert.de. Immer gut informiert. Mit Elsterwille. Dank ihrer Werbung. Und ganz ohne Gebühren. Das Elsterwille Kalenderblatt Am 21. Oktober 1946 wurde die neue Bühne Senftenberg gegründet. Mit das Stadttheater waren der Tonhalle der Rathenau-Grundschule untergebracht. Als Bergarbeitertheater erwart es sich in der Folgezeit einen guten Ruf und war Sprungbrett für viele bekannte Schauspieler und Regisseure. Nach der Wiedervereinigung machte sich das Haus als Kinder- und Jugendtheater einen Namen und konnte somit erhalten werden. 2007 kam das Amphitheater in Großkoschen dazu und unter Intendant Sevan Latschinian wurde die neue Bühne 2005 als Theater des Jahres ausgezeichnet. Das Elsterwille Kalenderblatt Der Lausitzer Wanderverein lädt am Samstag auf eine Wanderung zwischen Wittgenau und Schecktal ein, um den Herbst in vollen Zügen zu genießen. Treff ist um 8 Uhr am Parkplatz an der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda mit dem Pkw. Zum Schnuppertag wird am Samstag auf den Flugplatz nach Naht eingeladen. Interessenten haben die Möglichkeit, in das Segelfliegen hineinzusehen und selbst im Flugzeug zu starten. Ein Mindestalter von 14 Jahren wird vorausgesetzt. Eine telefonische Anmeldung unter 0157 718 322 51 oder per Mail an flugplatz.naht.web.de ist erforderlich. Los geht's ab 8.30 Uhr. Das Lausitzbad in Hoyerswerda veranstaltet am Samstag eine bayerische Saunanacht direkt in den Saunawohlfühlwelten. Ganz unter dem Motto »Oh zapft es« gibt es spezielle Aufgüsse mit verschiedenen Aromen. Kulinarische Köstlichkeiten sind auch geplant. Ab 17 Uhr geht das Ganze los. Im Cinemotion in Hoyerswerda kommt am Sonntag eine Preview. Der Trickfilm »Störche – Abenteuer im Anflug« beginnt um 14 Uhr. Im Blow-up-Kino der Kulturfabrik hier in Hoyerswerda läuft am Sonntag der Film »El Olivo – Der Olivenbaum«. Los geht's um 20 Uhr. Nachts lockert's auf und es bleibt trocken. Nebel kann sich bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad. Achtung, es könnte sich Bodenfrost bilden. Am Samstag ziehen wieder Wolken auf und es kann regnen. Die Temperaturen bleiben bei kühlen 10 Grad. Am Sonntag freundlicher, auch die Sonne blinzelt häufiger durch – 10 Grad. Am Montag ist deutlich besseres Wetter als die letzten Tage angekündigt. Es wird heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad. Und das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag, liebe Zuschauer. Wir verabschieden uns von dieser Woche und Ihnen und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.